2 zum Kurs von 59, somit fehlt nur noch Miss Summerow ganz außen, auch das ging schnell, die Fahne geht nach oben und die Boxen auf zum siebten Rennenpreis der Marketing direkt GmbH. Die Reiter suchen die Position, die sie einnehmen wollen, vorne guter Stab von Tomalina, auch Interior Minister vorne gleich zu sehen, dahinter Miss Summerow mit Sensible Song und dann letzter Position Victor Dina. Also kommen Sie zum ersten Mal bei uns vorbei, Sie können Ihren Favoriten hier anfeuern. Vielleicht klappt es, dass Sie den Schwungenergie noch Ihrem Kandidaten rübergeben. Einmal geht es noch rum und Tomalina hat die Spitze unter Sandra Eichenhofer vor Interior Minister, denn das Sensible Song an der Innenseite, außen begleitet von Miss Summerow und letztes Pferd ist Victor Dina. So geht es in den Alleebogen hinein. Tomalina und Interior Minister, die belegen die vorderen beiden Positionen, aber der Abstand ist groß von Tomalina bis zum zweitplatzierten Favoriten, das sind 3, 4, 5 Längen jetzt schon. Dahinter sehen wir Miss Summerow an dritter Position vor Sensible Song und Victor Dina an letzter Stelle. So geht es in Richtung 1200 Meter Marke und der Vorteil ist ungefähr 4, 5 Längen von Tomalina auf Interior Minister. An dritter Position dann Sensible Song, dahinter sehen wir Miss Summerow und letzte bleibt Victor Dina. Ca. 8 Längen von Victor Dina jetzt bis vor zu Tomalina. Tomalina also weiterhin voraus, dahinter der Favorit des Rennens, Interior Minister. Vor Sensible Song, Miss Summerow und Victor Dina. Sie schieben sich etwas dichter zusammen, jetzt bergauf und es geht in den vorderbohriger Bogen hinein. Tomalina mit dem Vorteil von zwei Längen vor Interior Minister, rennt das Sensible Song an dritter Stelle, außen begleitet von Miss Summerow und dicht dran ist auch Victor Dina. So sind die Pferde im Scheitel des Schlussbogens angekommen, aber Tomalina bleibt hier klar und deutlich voraus. Jetzt sind es wieder drei Längen bis zu Interior Minister von Miss Summerow. Dann ist das Sensible Song dicht dran, auch Victor Dina. So ist die 500 Meter Marke in diesem Augenblick passiert und Tomalina führt. Tomalina, dahinter bewegen sich die anderen Reiter mit Interior Minister, mit Miss Summerow, mit Sensible Song und mehr in der Bahnmitte auch Victor Dina. Vorne, aber es ist Tomalina. Jetzt kommt der Angriff von Alex Peach an der 200 Meter Marke mit Interior Minister. Dann in der Bahnmitte auch Miss Summerow mit dabei. Tomalina ist aber noch davon. Tomalina oder Interior Minister? Innen Interior Minister packt jetzt entscheidend an und gewinnt. Interior Minister gewinnt von Tomalina. Miss Summerow ist dicht auf, dann größer der Abstand bis zu Sensible Song. Und letzte bleibt Victor Dina. In diesem Augenblick passiert und Tomalina führt. Tomalina, dahinter bewegen sich die anderen Reiter mit Interior Minister, mit Miss Summerow, mit Sensible Song und mehr in der Bahnmitte auch. Victor Dina vorne, aber es ist Tomalina. Jetzt kommt der Angriff von Alex Peach an der 200 Meter Marke mit Interior Minister. Die Vorwürfige Dreierwitte zum siebten Rennen, preist der Marketing direkt GmbH. Der Sieg geht an die Programm Nummer 3, Interior Minister, gerettend von Alexander Peach. Auf dem zweiten Rang die Programm Nummer 1, Tomalina unter Sandra Eichenhofer. Und auf dem dritten Rang.